Hallo, ich bin's wieder, Mia von Smithiles. Heute wird es bunt bei uns. Heute bekomme ich Besuch von den Glitterbabys. Sind die süß. Schau mal, was alles dabei ist. Hier ist das Trinkfläschchen, das Duschfläschchen, der Schnulli. Das Baby ist total süß. Das Baby hat schöne lange Wimpern, so schöne große Augen und die Haare sehen lustig aus. Sie glitzern so toll. Jetzt werden Haare gewaschen. Und damit das Baby nicht schreit, schnell den Schnuller rein. Einmal das Fläschchen aufschrauben und jetzt Wasser rein. Oh, das wird jetzt richtig pink. Richtig schön nassmachen. Muss ja alles sauber werden. Cool, die Haare werden lila und dann wieder pink. Die Haare sind sauber. Jetzt kommt das Fläschchen. Oh, das ging schnell. Das Baby hat in die Hose gemacht. Schnell den Schnuller rein, damit es nicht schreit. Schlaf, Baby, schlaf. Und damit das Baby nicht so alleine ist, kommen hier noch ein paar Glitterbabys mehr. Die Glitterbabys in vielen tollen Farben gibt's ab jetzt bei Smith Toys. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann abonniert den Kanal und gebt uns ein Like. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Smith Toys Superstores. Smith Toys Superstores